Gottes Werk muss getan werden. Euer Zeichen, Sire? In Bewegung. Eine Gerberin hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Waffen benötigt, Sire. Toll. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Mein Gerber war damals auch ein scheiß Job. Na los doch! Gehen los! Aber muss ja gemacht werden. Wo ist der Feind? Reinhalten! Für unseren Herrn! Warum die da einfach rüberlaufen, ey? Das ist voll der Scheiß. Dann müssen wir den Ball nochmal umlegen. So. Das Fleisch ist schwach. Der Geist ist stark. Bereit, Sire. Waffenbrüder, auf die Welle! Na also. Waffen benötigt, Sire. Sir! Marsch! Und verkaufen, 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 verkaufen. Bisschen Holz verkaufen. Ich brauche nochmal ein Türmchen. Aber wohin? Lautet die Devise etwa wie der Außenposten? Das Gesetz gebrochen, mein Herr. Jetzt wird auch recht, dass wir den Stab vorne zumachen. Bogenschützen? Bereit machen! Wir sehen keinen Weg. Ja, ja, ja. So. Sollte klappen. Wer hat das Gesetz gebrochen? Oh. Oh. Genau, und was ich gleich auch noch mache, ist vielleicht eine Runde Agario aufnehmen. Ja, wer es nicht kennt, sollte eigentlich... Oder, was heißt sollte? Könnte wahrscheinlich jeder kennen. Die Güter sind auf dem Weg, mein Lord. Wie oft bitte, Sire. Achso, Quotten. Wählt das Ziel aus. Und zwar mit einem... ...Kolleg von mir. Und das... ...kommt aber dann wahrscheinlich sehr viel früher raus, als diese Folge hier. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire. Daher werdet ihr das wahrscheinlich schon gesehen haben. Falls ihr es euch angeguckt habt, natürlich. Waffenschultern. Vorwärts! Bemannt die Brüstung! Wir bewegen uns! Bereits, Sire! Schlachtordnung! Du kommst da nochmal weg. Und ich mache den Aufgang bis in hier hin. Bisschen zentraler, damit die da schneller hochkommen. Waffenbrüder bereit! Falls da wieder böse Buben rumlaufen. Auf die Plätze! Zack, zack! Los, los! Z, z, aber ziemlich zügig. Das Volk verehrt euch scheinbar. So. Oh ja, da kommt eine ganze Corona-Holz. Blöte, davon können wir ein bisschen verkaufen. Ah, und wir können mal... ...Armbrüste kaufen. Denn wir haben sehr viel mehr... Achtung! Äh, äh, wie sag's mal? Body Armor hier, ähm... Ja, Rüstung halt. Sehr viel mehr Rüstung als... Äh... Wir sind einsatzbereit! Na, sehr viel mehr. Aber warum bist du denn schon kaputt? Ganz benötigt, Milord. Das passt da nicht hin, Milord. Unsere Truppen werden angegriffen. Milord? Wie können wir dienen? Na, nur sag schon, sehr viel mehr... ...Brüstung als... ...Armbrüstung. Das passt da nicht hin, Milord. Ja, weil der Feind in der Nähe ist, passt das dann nicht schön. Ganz cool. Zaya! Vermann die Brüstung! Baumeister, zu diensten. Ich glaube, ich war eine halbe Ewigkeit. Prüf die Waffen! Aufs Schnellste! Wir sind eure Leute! Waffen benötigt, Shaya! So, komm. Sehr gut. Waffen benötigt Shaya. Neue Befehle? Waffenbrüder, auf die Welle! Ja, die Angriff war doch schon deutlich besser. Waffen benötigt Shaya. Beziehungsweise die Verteidigung... ...Verteidigung gegen den Angriff. Dann machen wir da nochmal ein Türmchen hin. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Armbrüste vorwärts! Gehen in Stellung! Eure treuen Bogenschützen! Rauf auf die Welle! Bogenschützen in Bewegung! Tja, sehr geil. Okay. Davon können wir verkaufen. Davon können wir nochmal kaufen. Davon können wir nochmal verkaufen. Okay, wir haben immer viel Essen, so wie es aussieht. Oh, ne. Oh, oh. Lass mich die Rationen runterfahren. Und dann nochmal für mehr Fruttersorgen. Das Volk verehrt euch, Shaya. Aber wir müssen jetzt nochmal kurzfristig... ...kurzzeitig die Steuern runter. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Shaya. So. Dann können wir nochmal machen, dass wir hier im Turm hinsetzen. Sobald ihr natürlich genug Stein habt. Denn man weiß ja nie, ob die nicht auch mal von der anderen Seite kommen. Weil das sieht mir auch so aus. Ist quasi nur gespiegelt. Nachher kommen die von da und dann sind wir am Sack. Weil wir uns nur noch einer Seite geschützt haben. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Ja, 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 ja. Na los doch! Wer mannt die Brüste um? Von daher dürft ihr schon mal dahin gehen. Und dann... ...weiß nicht, ob ihr da so viel... Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So, pass mal auf. Weg damit. Und den da hin. Weg damit. Sir! Schnell! Wenn ich genug Gold hätte... Nicht genug Gold, Herr. Käm gerne auch noch drauf. Schon wieder hier ohne. Heilig Maria, Mosell Josef. Ja, also jetzt... ...steigen die Rationen noch wieder. Oh. Okay. Die haben doch sehr viel... Oh. Vielen Dank.